Hier schaut der Nilfrau mit den Pandoro kleinen USB-Sticks und zwar haben diese kleinen USB-Sticks nicht nur die Funktion, dass sie süß ausschauen, wie ihr hier sehen könnt, wenn sie eingesteckt sind oder ihr könnt zum Beispiel es anmachen und dann überall anders draufstecken, sondern man muss einfach hier zum Beispiel draufdrücken, damit der USB-Stick rauskommt und man kann sie auch zwischen, kann auch verschiedene Hüllen dann kaufen und natürlich untereinander austauschen und das ist noch lange nicht alles, denn wir haben zum Beispiel hier eine Software vorinstalliert, die ein kleines Social Network ist und ihr könnt dann mit euren Freunden interagieren, man kann Musik einfach draufziehen und dann tanzen die Leute, dann kann man hier zum Beispiel noch einen Rechtsklick machen, beziehungsweise hier kann man draufklicken und dann kann man im Social Network noch interagieren, andere neue Leute kennenlernen und eigentlich alles mögliche, die mit diesen kleinen Pandodos machen, die einfach super süß sind und für nicht viel Geld geben wird, man muss aber, damit man mit dem Social Network interagieren kann, wirklich eins von diesen kleinen USB-Sticks kaufen, die wie schon gesagt wirklich sehr süß sind und doch sehr praktisch, weil ja, sie sind auch nicht so kompliziert zu benutzen, vielen Dank fürs Zuschauen bei NevilleTV, bis zum nächsten Mal von der Comtex 2011, mein Name ist Balasch Gahl und schaut wieder vorbei.